Ooooooh Köhöööö Köhööö 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 Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Five Nights at Freddy's mit mir, Nietomas und Playgirl Mit der wahrscheinlich heute vermute, ja vermutlich letzten Folge würde ich so sagen Night 5 Nacht 5 werden wir heute versuchen zu schaffen. Ja, komm. YOLO. Das müssen wir jetzt langsam mal schaffen. Denn ich will nicht wie schon Five Nights at Freddy's drei Jahre lang an der fünften Nacht irgendwie sitzen. Und wir werden am Anfang nichts machen, um ein bisschen Strom zu sparen. Muss ja auch so sein. Muss ja so sein. Es muss ja so sein. Im Übrigen eine neue Facecam von dem Manager, den lieben Tim. Okay, so muss ich einmal machen. Und auf Foxy aufpassen. Die neue Facecam, vielleicht habt ihr es gemerkt. Erstens, die Qualität ist besser und zwei Tänz. Es läuft flüssiger. Ich habe gerade gesucht, wo es besser ist. Und jo, ähm. Ihr könnt mir mal die Kommentare schreiben, wie die neue Facecam findet. Und wir werden Graf und ich habe schon angerufen. Ja, überhaupt nicht creep. Ja. Natürlich. Natürlich. Ja. Das hat mich schon in der letzten Nacht ge- Okay, so creepy. Hat mir schon in der letzten Nacht den Anruf, ähm. Ja, kann doch nicht sein, dass ich schon in der Nähe sehne. Das verarsche für. Jo, wahrscheinlich schon ist er da. Als ob. Es ist zwölf Uhr morgens, Mann. Zwölf Uhr. Ihr seht es. Heyo, where are you? Come here. Ah, er ist wieder weg. Sehr nice. Aber die Ente ist nicht rein, zufällig da. Okay, die Ente ist auch nicht da. Das sieht momentan noch relativ nice aus, obwohl es erst zwölf Uhr ist, also. Ich soll lieber nichts sagen. Ja, die Ente ist jetzt auch schon auf dem Weg, wie ich sehe. Ich mag es überhaupt nicht, wenn das Spiel hier manchmal... Oh. Entschuldigung. Oje, Mini, wo kam das Fiech denn her? Das war doch gerade noch in Camp 3. Ihr habt es doch gesehen, oder nicht? What the fuck? Egal. Alles Hater. Die Maus ist ein Hater, beziehungsweise der Hase. Aber was mich wundert, bis jetzt hat sich in 530 Freddy's Eyes so keiner beschwert darüber, dass es, ähm... Ja, weg. 78 Prozent, ein Uhr morgens. So lala, würde ich sagen. Ja, aber... Wahrscheinlich. Wahrscheinlich stehen links und rechts diese Viecher, ne? Wenn man ganz genau hinhört, kann man die sogar links und rechts stehen, beziehungsweise hören. Im Übrigen haben wir jetzt etwas Besonderes für den Freitag geplant. Äh, was genau sein wird, es wird noch viele Ankündigungen... Ja, was heißt hier viele? Äh, eine genau. Eine Ankündigung wird noch auf den Channel erscheinen. Und zwar haben wir geplant, freitags einen Stream zu machen. Und zwar ein Gruselarten wo wir nur Horrorspiele jetzt playen werden. Ich hoffe es wird euch gefallen. Na, mö, was ist das da unten? Ach, oh mach doch aus! Haa! Es tut mir leid, ey. Ah, nein FOXY! Ja, soll nicht was gerade los ist für die ganzen Husten, ey. Oi, jo, jo, jo. FUCKSY, der kleine FOXY. Hughesseree. er ist noch da was soll denn wir tun das ist der thomas blues der 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 da habe ich gerade augen gesehen hat das freddy hey okay alles gut safe nice one kommen das ist ein daumen nach oben ich möchte euch sehen wie hier an der türen freddy hör auf zu lachen das macht mir angst ich will diese nacht endlich mal schaffen ohne 607 600 bis 700.000 abzukratzen das gefühl dass jemand das jemand das soll jemand das soll jemand hase nein okay wer are you where are you meine hat mein herz es brennt wenn ich die ich sollte man nicht sehen bevor die gehen wir noch mein video streikt so der nächste versuch mal gucken was jetzt raus wird alter wo kam der denn ich habe ihn überhaupt nicht auf der kamera gesehen das ist für mich betrug ich glaube ich sollte es an scheiße wie heißt er spiele machen normal scott hamsworth oder so hieß er ja glaube ich zumindest ich hoffe mal dass er so hieß sonst ist das jetzt peinlich da ich ja schon alle drei teile gespielt habe und ich nicht weiß wie der mache heißt und das ist wirklich in die dringend und peinlich wir müssen noch ein bisschen erwarten wir warten in der nacht es ist zwölf morgens morgens 0 uhr kann man zwölf morgens sagen oder 0 uhr keine ahnung wir warten noch ein bisschen in der langen nacht sehen der lange nacht in der lange nacht ist hier jemand die serie jemand hase bist du da nein du bist noch nicht da du bist jetzt ein bisschen chillen würde ich sagen ich kann nicht schön dauern zu lange nein maus bitte ich weiß dass du eine funk maus bist und daher nicht die beste aber du musst jetzt jeden gefallen tun und du darfst jetzt in dieser aufnahme nicht irgendwie verkacken oder so ich habe sowieso gut planen jetzt irgendwann eine richtige gamer maus zu holen beziehungsweise eine mit usb anschluss mit kabel wo seid ihr ihr könnt ruhig weg bleiben ich darf nicht so viel strom verbrauchen das ist mein problem warten ne nicht klopfen hör auf zu klopfen mann du weißt ganz genau dass ich nicht aufmachen werde obwohl meine türen schon offen sind was laber ich hier eigentlich für eine scheiße ich muss irgendwas wie was labern irgendwer hat sich ja schon beschwert im dungeon nightmares dass ich nichts produktives in der folge gesagt habe aber was soll man in der horror in dem horror let's play produktives sagen also mir würde nichts einfallen was man hier produktives sagen kann ich meine guckt es euch auch nur an um mich leiden zu sehen hey they say me rollin nicht an euch wieder an das spiel also nicht wundern nicht wundern war nicht an euch gerichtet nicht persönlich nehmen sorry brass die ente war nicht da und he is the way get out the way bitch ich habe immer Angst dass ich hier mein mikrofonkabel irgendwie rausziehe und dann die ganze aufnahme abgekackt ist und ich total im arsch bin und dieses spiel noch mal spielen muss denn dieses spiel freiwillig zu spielen ist echt schon krank und es ist einfach nur zu brutal finde ich aber es ist gut es ist wirklich gut das spiel es hat sich wirklich zu einer meiner lieblingsspiele entwickelt muss ich jetzt wirklich zugeben also wie gesagt wir werden das auf jeden fall auch im stream spielen wir werden mehrere stunden spielen drei bis vier stunden ungefähr da jetzt mein neuer pc mit lang angeschlossen ist können wir auch länger streamen ohne probleme und deswegen macht es kein problem alter wieso muss ich heute so oft husten vielleicht werde ich krank wäre schlimm wäre echt schlimm ich habe keinen bock auf den fuß du musst ins scheiße meine frisur richten weil die mich jetzt auch nur kümmert ne ich muss nur ums lieber überleben kämpfen ich will diese nacht einfach nur schaffen okay foxy aufpassen chillen 3 2 1 licht an 3 2 1 licht an 3 2 1 licht an okay wir sollten mehr machen als so 3 2 1 licht an okay steht da oh oh man ich erschrecke mich immer selber ich bin so ein bolzen und nicht wieder epilepsie anfälle wie ich sehe ne chill dein leben brass oh nein oh foxy du kleiner fuchs du bist da was sollst du machen foxy du bist nur ein fuchs und schaffst die 600.000 km pro sprint was soll ich machen es ist scheiße creepy und ich singe hier mein lied bitches okay ist da er ist nicht mehr da wir haben die hälfte geschafft und neun und fucking freddy fucking ente fucking geh weg ich mag dich nicht ich mag dich nicht ich mag dich nicht ente bitte tu mir den gefallen und meine zuschauer wollen sehen wie ich diese nacht schaffe ich will nicht aus mitleidsnummer tun oder so aber es wäre ja sehr nett wenn wir diese nacht wirklich mal schaffen würden und ich muss auf freddy aufpassen dass er hier nicht irgendwo herum wisst ihr was es heißt dass wir dieses spiel schon nicht mehr schaffen können erstens ja wir können sterben wir können sterben nächste nacht mal schauen was daraus wird also ich glaube das wird auch der letzte versuch sein und ihr seid mir seid mir bitte nicht böse aber ihr könnt ja donnerstag im stream dabei sein da werden wir wirklich extrem lange streamen ganz viele horrorspiele die viel spaß machen werden mit facecam sogar 1c und strom sparen wir müssen jetzt ein bisschen chillen und strom sparen na leute was macht ihr gerade so ihr könnt es mir mal unten in die kommentare schreiben für einen spaß müsst ihr auch gerade so in der pizzeria sitzen und auf bewegen die michatronics aufpassen die euch umbringen wollen ja tut mir leid come on baby babes babes wo seid ihr come on gebt ihr mir irgendwas fettis ich kann doch nicht sagen dass wir die 5.8 eigentlich nicht schaffen ey ich meine 5.9 and freddys 3 haben wir es auch nach 600 Milliarden Jahren hinbekommen aber im übrigen wurde jetzt bestätigt dass es gottemsword ich bin mir relativ sicher dass er so heißt ähm an dem vierten teil von 5.9 and freddys arbeitet also ihr könnt euch schon mal darauf freuen und ich freue mich riesig auf den kinofilm ihr könnt es euch gar nicht vorstellen what are you going on what are you doing there meine maus hängt sich wieder auf das ist wirklich nicht gut das ist wirklich nicht gut ich brauche oh fickene fackel meine maus nein meine maus hängt wieder nein das ist nicht gut in einem horrorspiel gar nicht gut gar nicht gut oh man bitte häng dich nicht auf bitte einmal ausmachen wieder an komm ihr könnt das auch nicht sehen wie die maus hängt das hatten wir auch in der 5.8 probleme man hängen bitte bitte nicht hier ich hab keine zeit dafür maus ihr könnt uns jetzt nicht streiten entweder wir kooperieren oder du bringst dich um ich bin für das erste maus warten komm komm go go ne meine maus streikt meine maus streikt das ist ne und das problem ist ich hab jetzt noch nicht mal batterien zum auswechseln da also wir müssen die ausstellen aus an. Nein? Ihr wisst, was das heißt, oder? Wir sind tot. Es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich würde sagen, das war es dann jetzt für das letzte Five Nights at Freddy's Let's Play. Vielleicht wären, ja, die Idee. Was haltet ihr davon? Ihr könnt es mir mal unten in die Kommentare schreiben. Wenn wir den Five Nights at Freddy's Stream hochladen, wo wir die fünfte Nacht schaffen, also ich werde das mit der fünften Nacht hochladen und dann könnt ihr euch angucken, denn meine Maustrike gerade. Ihr könnt es nicht sehen, da ich das bei Fraps ausgestellt habe. Das ist, dass man das mit der Maus nicht mehr sehen kann, aber das ist gerade total komisch. Ihr könnt mir das wirklich glauben. Jo, dann würde ich sagen, das war es dann mit den letzten Five Nights at Freddy's Let's Play von 1. Vielleicht wären wir noch zwei Let's Play. Wenn ihr wollt, dass wir zwei Let's Playen, schreibt es mir unten in die Comments. Jo, Mittwoch und Freitag werden dann Dungeon Nightmares Videos kommen. Ja. Das Spiel davor habe ich noch mehr Angst als vor Five Nights at Freddy's, weil das Spiel immer nur total brutal ist, die Shirt. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt für Horrorspiele, die ich jetzt playen soll, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit der Play Again und Hipster Faust werden wir uns jetzt verabschieden. Ciao.